Das ist Marta. Sag mal Hallo Marta. Hallo Marta. Und das ist Lucho. Hallo Leute. Wisst ihr, Marta und Lucho sehen vielleicht aus wie ganz normale Kinder, aber eigentlich sind die beiden Superhelden. Lucho ist Farbenman. Je mehr Farben, desto besser. Und Marta ist Paint. Meinen ist für mich das allergrößte. Paint und Farbenman sind heute im Städelmuseum. Wisst ihr, was ein Museum ist? Ich weiß es. Na gut, dann sag mal. Ein Museum ist ein Ort, an dem Dinge gesammelt werden. Genau, dieses Museum sammelt Kunstwerke. Das stimmt. Und ein Kunstwerk, das kann alles Mögliche sein. Ein Bild zum Beispiel. Hier hängen wirklich sehr viele Bilder. Hier ist eins mit einem Hund. Und hier sind ganz viele Tiere. Seht ihr den Elefanten? Klar, da hinten. Na klar, Lucho alias Farbenman hat den Elefanten natürlich sofort gesehen. Mit seinem Superblick. Hey, was piepst denn da? Ah, es ist Martas Videophone. Sie hat eine neue Videobotschaft. Spiel sie doch mal ab. Oh, es ist eine Nachricht von ihrer Freundin Anne. Was die wohl will? Hallo Paint, hallo Farbenman. Hier ist Anne. Ich habe einen Auftrag für euch. Einen Auftrag? Ja. Ich suche ein Bild. Könnt ihr es für mich finden? Natürlich, Anne. Welches Bild ist es denn? Es ist der Mann, der in seinem Zimmer die ganze Welt aufbewahrt. Hm. Rätselhaft. Der Mann, der in seinem Zimmer die ganze Welt aufbewahrt. Das geht doch gar nicht. Äußerst mysteriös. Hast du eine Ahnung, was das bedeuten könnte, Lucho? Äh, Farbenman? Nein, noch nicht. Aber wir werden es rausfinden. Genau. Wir teilen uns auf. Dann geht es schneller. Farbenman und Paint machen sich auf die Suche. Glaubt ihr, dass sie das Bild für Anne finden können? Der Mann, der in seinem Zimmer die ganze Welt aufbewahrt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wer das sein könnte. Hast du schon eine Idee, Paint? Ja, habe ich. Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen. Wie meinst du das? Bevor wir das ganze Museum auf den Kopf stellen, sollten wir erstmal noch einen Mann suchen. Ah, eine gute Idee. Wir suchen einen Mann. Hier ist kein Mann. Das sind nur lauter Nägel. Oh Mann. Sie sehen aus, als waren sie ein Wirbel. Mir wird schwindelig. Kann ich verstehen. Aber wir haben einen Auftrag zu erledigen, Farbenman. Und das ist bestimmt nicht das richtige Kunstwerk. Also weiter geht's. Wie wär's denn mit dem hier? Hm, nein. Sieht mir eher wie ein Blumenstrauß aus. Kein Mann weit und breit. Aber hier. Da ist ein Mann. Könnte der es sein? Nein. Ich glaube nicht, dass das das Bild ist, was wir suchen. Hier ist zwar ein Mann drauf, aber weißt du noch? Wir suchen einen Mann, der die ganze Welt in seinem Zimmer aufbewahrt. Der hier sitzt nur draußen. Er kann es nicht sein. Messerscharf kombiniert. Schauen wir mal, was es noch für Bilder gibt. Ist es vielleicht das hier? Oder das? Wie wär's denn mit dem hier? Oh, die sind gruselig. Stopp! Was denn? Geh mal zurück. Na gut. Jetzt bin ich gespannt. Siehst du das? Schau mal, dort oben ist eine Weltkugel auf dem Schrank. Ja, die ganze Welt in einem Zimmer. Ihr habt recht. Der Mann, der in seinem Zimmer die ganze Welt aufbewahrt. Wir haben ihn gefunden. Sehr gut Paint und Farben, man. Ihr habt mein Lieblingsbild gefunden. Soll ich euch sagen, warum ich es so gerne mag? Schaut mal, wie der Mann vor der Karte sitzt und aus dem Fenster guckt. So, als würde er gedanklich gerade die ganze Welt vermessen. Das finde ich richtig gut. Toll. Hättet ihr gedacht, dass unsere Helden das Bild so schnell finden? Das war ziemlich gut, würde ich sagen. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, die Bilder zu entdecken, dann schaut doch mal vorbei im Städel Museum. Macht's gut und hoffentlich bis ganz bald. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020